Wie bist du auf deinen Namen, also Udwin, gekommen? Der Name Udwin, alle die das Belfurst-Let's Play gesehen haben, werden es schon so her wissen. An alle anderen, so heißt eine Figur aus Belfurst. Also es gab, es gibt zwei Personen aus Belfurst, nach denen ich mich benannt habe. Es gab einmal Urias, also ich habe ein paar Jahre lang in Online-Rollenspielen mich Urias genannt. Irgendwann war der Name einfach schon vergeben. Und genau zu diesem Zeitpunkt war ich bei Spellforce, als ich gerade Singleplayer gespielt habe, vor dem Minengeist Udwin. Und dann hatte ich halt überlegt, was ich so nehme, was sich ähnlich anhört. Und dann dachte ich, gut, nehme ich eben einfach Udwin. Und dieses Spiel, bei dem der Name vergeben war, war Warhammer Online. Und dieses Spiel habe ich gut über zwei Jahre gespielt. Und irgendwann hatte ich mich so derbe an Udwin gewöhnt, dass ich den Namen einfach beibehalten habe. Und dann habe ich den einfach so viele Jahre behalten. Und als ich meinen Let's Play-Account erstellt habe, habe ich schon überlegt, wie nenne ich mich jetzt? Dann dachte ich mir, gut. Bevor wir jetzt lange herum überlegen, nehme ich den Namen, den ich schon gewohnt bin, dass die Leute mich nennen, nehme ich einfach wieder Udwin. Ja, dann kam eben, dieser Name ist bereits verwendet. Dachte ich mir echt, du Wichser. Deswegen heiße ich jetzt Udwin LP. Aber Udwin ist mir eigentlich Liebe. Udwin LP hört sich so. Dieses typische LP-Standard hinten halt. Ich mache das nicht, weil ich so unbedingt zeigen will, dass ich jetzt Player bin, sondern einfach, weil Udwin schon weg war. Wie geht's? Ja, ja. Ganz gut. Kann ich klagen. Ich schaffe es nicht, alle deine Let's Plays, die ich mir angucken möchte, anzusehen. Hast du da einen Tipp für mich und andere? Da gibt es einen guten Tipp. Verabschiede dich noch heute von deinem echten Leben und werde Udwin Dianer. Sollte es ein Witz sein, dass du erst fragst, ob wir den Begriff Udwin Dianer gut finden? Also ich weiß nicht, ob die Frage ironisch gemeint ist, aber eigentlich soll es kein Witz sein. Wenn jetzt ganz viele dagegen gewesen wären, hätte ich den Begriff nicht eingeführt. Ich fand ihn interessant, ganz lustig und ich dachte, ich probiere es mal. Aber wie gesagt, wenn jetzt alle gesagt hätten, nee, mag ich nicht, hätte ich gesagt, okay, dann belassen wir es. Aber so meine eigenen Abonnenten, ich meine, ganz ehrlich, ab einem gewissen Grad hat man so den Namen für die Leute, die jemanden anschauen. So, ich glaube bei Gronkh, die seine Fans haben auch irgendwie einen speziellen Namen, den aber die Fans sich ausgesucht haben. Deswegen denke ich mir, erstelle ich einfach eine gewisse Gruppe von Leuten, die mir zugucken, die mich abonniert haben oder einfach meine Videos mögen. Und die sind dann einfach meine, die Udwin Dianer. Deswegen, dass einfach mal dieser Begriff geklärt ist, der dann im Umlauf ist. Weil auf kurz oder lang entsteht sowas so oder so. Dann suche ich ihn doch lieber selbst aus. Willst du mal Age of Empires 2 oder Age of Mythology let's playen? Und diese Frage wurde natürlich wieder von unserem kompetenten technischen Mitarbeiter Udwin beantwortet. Wie bist du auf Age of Empires oder Stronghold aufmerksam geworden? Und ich glaube, diese Frage habe ich auch beantwortet. Age of Empires einfach, weil ich mit aufgewachsen bin. Und Stronghold, weil ich mit aufgewachsen bin. Ja. Was arbeitest du oder was willst du arbeiten? Das hatten wir schon. Ich finde immer deine gesellschaftlichen Erzählungen in den Let's Plays faszinierend. Es tut gut, vernünftigen Mitbürgern zu lauschen. Da fühlt man sich noch wie ein Volk, auf das man stolz sein darf. Nun, was die gesamte Gesellschaftskritik angeht, vielen Dank für das Lob zuerst mal. Und ja, ich führe quasi das Erbe meiner Mutter weiter. Weil sie hat mich immer darüber aufgeklärt und hat sich immer sehr informiert. Und das habe ich wirklich meinen elterlichen Einfluss zu verdanken, dass ich da quasi immer erinnert werde, was in unserer Gesellschaft los ist. Und das hat mich auch quasi aufgeweckt. Vielen fehlt halt dieser Wachrüttler und mir hätte er auch gefehlt. Und deswegen informiere ich mich mittlerweile auch ziemlich gerne über viele Hintergründe und viele Sachen, die passieren. Aber nicht zu viel, weil er das schon fast wahnsinnig macht. Wie denkst du zur aktuellen Lage der Umwelt und unserem Umgang mit ihr? Zur Sache mit der Umweltlage. Ich finde, das wird größtenteils künstlich hochgespielt. So schlimm ist unsere Umwelt nicht. Von wegen, oh, es ist jetzt mal so ein heißer Sommer und oh, den Winter ist jetzt mal kein Schnee gekommen. Was hatten wir letztes Mal für einen Winter? Der letzte Winter war sechs Monate lang. Das ist normal, das ist natürlich. Ich meine, vor 50, 60 Jahren gab es auch mal Winter ohne Schnee. Genauso wie irgendwelche absolut heißen Sommer oder stark kalte Winter. Und für die Leute, die an der Klimaerwärmung rumzetern, falls die überhaupt so existiert, wie sie es meinen. Weil die, ich, meiner Meinung nach existiert die nicht so krass, wie die Leute es immer sagen. Sondern es ist einfach nur eine künstliche Hochspielerei, um diese Alternativen nach oben zu treiben. Aber ja, was, was die Sache angeht, ähm, ich glaube, die nächsten, nach dem, was ich gehört habe, ist die nächste Eiszeit unseres Planeten schon fast überfällig. Sollte die kommen, werden wir um die ein, zwei Grad der Klimaerwärmung noch betteln. Hä, du hast doch noch gar nicht 5000 Abos. Ja, ist ja gut, ich hab's verstanden. Ich hatte noch keine 5000, aber bei eurer Ansicht, aber bei meiner stand 5000. Deswegen hab ich's gemacht, weil's einfach sich angeboten hat. Bei mir steht 5000, denk ich mir, ja, mach mal eben 5000 Abonnenten-Special. Ich hoffe, ihr könnt das nachvollziehen. Wie heißt dein Hund? Und auch diese Frage hatten wir bereits mehrfach. Udwindianer? Sind das nicht die, die mit Streitkolben auf den armen Klopfer schießen? Unter anderem, ja. Aber ganz ehrlich, wenn jeder das machen würde, der sich Udwindianer nennt, hätten wir bald keine Klopfer mehr. Herzlichen Glückwunsch zu seinen 5000 Abonnenten. Aber ich möchte dir eins ans Herz legen, Udwin. Bitte bleib so, wie du bist. Ich weiß, 5000 Abos sind viele und ich hoffe, du rutschst nicht in die YouTube-Fame-geile Gruppe. Vielen Dank dafür und keine Sorge, ich werde alles daran setzen, so zu bleiben, wie ich einfach bin. Kann man mit dir mal ein Video machen bzw. reden? Da ist wohl leider wieder das Problem, dass wohl jeder meiner Abonnenten das gerne möchte. Nur noch ein paar Fragen, die erst nach dem Erstellen des Videos gestellt wurden und für mich dann doch noch wichtig zu beantworten sind. Wie viel verdienst du? Wie schon gesagt, derzeit mit bar für knapp 400 Euro. Sollte es wen interessieren, wie viel ich über YouTube derzeit verdiene? Also, ich kenne mich jetzt nicht so sehr in den YouTube-Richtlinien aus, aber wie ich weiß, darf man das als Partner nicht offiziell sagen. Und ich habe in etwa 200 Gründe, das nicht zu nennen. Ähm, ähm, was sind deine Hobbys? Zum einen natürlich Let's Playen, das dürften alle kennen. Dann einfach noch so zocken allgemein. Ich schaue mir gerne Serien an und auch ganz außerhalb von häuslichen Dingen gehe ich auch gerne raus und mache Sport, gehe joggen oder gehe ins Fitnessstudio. Würdest du gerne einem Verein beitreten, wo man mit mittelalterlichen Waffen gegeneinander kämpft? Davon habe ich schon öfters gehört und ich finde, das ist auch sau interessant. Aber in der Nähe gibt es da halt leider nichts. Aber wenn es irgendwo in unmittelbarer Nähe so etwas geben würde, wäre ich da unbedingt gerne dabei. Hast du irgendwelche Geschwister? Nein, ich bin Einzelkind. Glaubst du an Geister, Außerirdische oder Gott? Das ist mal wieder eine sehr interessante Frage im Allgemeinen. Also Geister, da habe ich ziemlich Respekt vor dem Thema, weil es gibt wirklich an gewissen Orten paranormale Aktivitäten. Und ich würde mal so sagen, ich bin jetzt nicht absolut überzeugt von, aber ich schlage es auch nicht aus, dass Geister existieren können. Von daher, wie gesagt, vor diesem Thema habe ich noch ziemlich Respekt. Außerirdische auf jeden Fall. 100% zumindest in meiner Überzeugung. Ich meine, habt ihr euch schon mal eine Karte angeschaut, wie riesig groß unser gesamtes Universum ist? Ich meine, allein unsere Galaxie, die Milchstraße, ist gewaltig. Und das ist nur ein Millionstel des gesamten Universums, wenn nicht sogar noch kleiner. Also, wenn es da draußen kein weiteres intelligentes Leben gibt, dann fresse ich einen Besen. Und es gibt natürlich so Theoretiker, die sagen, oh, gäbe es schon außerirdisches Wesen Intelligentes, hätten sie uns schon längst gefunden. Muss nicht sein. Ich meine, es ist bis jetzt noch nicht mal nachgewiesen, dass man mit Überlichtgeschwindigkeit reisen kann. Und wenn das nicht geht, wird uns so schnell keine intelligente Spezies finden. Gott, also an Gott glaube ich nicht. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass irgendein Wesen das alles, was wir jetzt haben, geschaffen hat. Diese Gewaltigkeit, die überhaupt existiert. Mit den Religionen und mit dem Glauben, beziehungsweise mit dem Glauben an etwas Hohem, wie ein Götter oder einen Gott, ist so eine Sache, das ist von Grund auf im Menschen drin verankert. Und Sachen, die man nicht erklären kann und Sachen, die man nicht versteht, automatisch mit etwas Mystischem oder irgendwas Paranormalem zu verbinden. Beziehungsweise mit irgendeiner höheren Macht, die dahinter steckt. Das ist im Grunde komplett menschlich. Und das hat sich schon von Menschheitsbeginn durchgesetzt, einfach zu sagen, die ganze Welt, wie sie entstanden ist, das Universum, wenn man hochguckt, das muss einfach ein Gott gemacht haben. Und das hat sich halt bis zur heutigen Zeit durchgesetzt. Jetzt heutzutage kommt die Wissenschaft immer weiter dahinter, wie es wirklich gewesen ist. Und dementsprechend merkt man ja auch, dass die Leute zurückgehen, die an Gott glauben. Natürlich gibt es noch Leute, und denen will ich ihren Glauben auf jeden Fall nicht nehmen. Wer weiß, vielleicht existiert sogar wirklich ein Gott und ich irre mich. Das kann man ja natürlich nicht nachweisen. Man kann nicht beweisen, dass es Gott gibt, aber man kann genauso wenig beweisen, dass es ihn nicht gibt. Von daher ist es eine Sache, deswegen sollen die Leute, die an Gott glauben, weiterhin daran glauben. Eventuell hören sich auch die anderen Leute. Aber ich selbst glaube nicht dran. Das ist jetzt natürlich interessant, weil ich ja vorhin gesagt habe, dass ich nicht an Gott glaube, denken bestimmt die meisten auch, dass ich automatisch nicht an ein Leben nach dem Tod glaube. Dem ist aber nicht so. Also ich bin jetzt nicht total überzeugt, dass es ein Paradies gibt oder irgendein Jenseits. Aber auf gewisse Weise habe ich doch so das Gefühl, beziehungsweise ein bisschen die Einstellung, dass Dinge von lebenden Menschen, also von Menschen, die damals gelebt haben, übrig bleiben. So eine Art wie Restenergie. Wie gesagt, dann sind wir schon fast wieder beim Thema Geister, wie wir es vorher hatten. Aber ich glaube schon wirklich, dass irgendwelche Reste übrig bleiben. Ich meine, man muss nicht automatisch ein Leben nach dem Tod mit einem Glauben an Gott verbinden. Die Buddhisten beispielsweise glauben ja auch an eine Reinkarnation. Von daher wäre das auch eine mögliche Theorie, die ich aber auch nicht so mega nachvollziehen kann. Aber im Grunde, sagen wir es mal so, jeder, der mal einen schmerzhaften Verlust gemacht hat, glaubt automatisch sehr gerne an ein Leben nach dem Tod, weil das das einfach erträglicher macht. Als ich meine Mutter verloren habe, habe ich auch seitdem immer ein bisschen das Gefühl, dass sie auf irgendeine Weise noch da ist. Und das macht einem die Sache einfach leichter. Und dementsprechend möchte ich das nicht ausschlagen, dass es ein Leben nach dem Tod ist. Und ich hoffe es in mich hinein, dass es so ist. So, das wäre es im Grunde gewesen mit nahezu allen Fragen. Eigentlich mit wirklich allen, die darunter standen. Vielleicht muss ich jetzt noch ein bisschen was nachbearbeiten, weil ich damals nicht alle gesprochen habe. Aber im Grunde haben wir jetzt alles beantwortet, habe ich jetzt alles beantwortet, was ihr mich gefragt habt. Und ja, ich hoffe, ihr hattet auch euren Spaß dabei bei der Unterhaltung. Und dann sehen wir uns wieder in den normalen Let's Play Videos. Ich danke mal wieder fürs Zusehen und wir sehen uns dann natürlich bei anderen Videos. Und natürlich freue ich mich über weitere tolle, fleißige und windianer Abonnenten. Bis dahin. Bye-bye.